Das ist im Prinzip das OKR-Modell, so wie wir es schon für uns quasi, ich will nicht sagen umgebaut haben, sondern angepasst haben. So, und jetzt mache ich zwei Dinge. Ich gehe das einmal von oben bis ganz runter theoretisch mit euch durch. Das wird relativ, ja langweilig wird es nie, aber das wird relativ trocken für unsere Verhältnisse. Und danach zeige ich euch einmal pro Step, den wir hier haben, wirklich, wie wir das im Team für uns gemacht haben. Und dann müsstet ihr eigentlich alles einmal so mit echtem Use Case am Start haben und dann können wir ganz konkret Fragen stellen. Also wir fangen hier ganz oben an. Spitze des Eisbergs. Manche stellen auch diese Vision bewusst als Fundament dar. Da sage ich, das ist am Ende Stil. Ich mache es immer gerne nach oben. Das ist so dieses berühmte Vision Statement. Why, how, what? Beispiel von Simon Sinek. Wenn ihr es nicht kennt, dann würde ich sagen, akzeptiert es einmal kurz, weil wenn ich euch gleich das konkrete Beispiel zeige, dann wird es, glaube ich, klar. Das Why erkläre ich einmal ganz kurz. Das ist so das oben drüber. Warum machen wir das Ganze hier eigentlich? Also warum existiert diese Firma? Wofür stehen wir denn eigentlich gerade? Das sind fernab von allen Zielen, weil ihr seht, die kommen da drunter. Ist das so dieses große Ganze, warum stehe ich persönlich und meine Mitarbeiter, warum stehen die eigentlich morgens auf? Mit welcher Mission sind wir eigentlich hier angetreten? Bisschen oben drüber. Hört sich immer so ein bisschen, ich will nicht sagen ökomäßig, sondern so ein bisschen esoterisch irgendwie an. Und dann muss ich ehrlich gestehen, habe ich bis vor vier, fünf Jahren irgendwie auch noch gedacht. Und zwar genau bis zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, meine eigene Company zu gründen. Und da ist mir auf einmal aufgefallen, dass dieses Warum dahinter, das ist quasi deine Motivation, ist am Ende dann doch irgendwie kriegsentscheidend. Mehr dazu gleich. So, das steht immer oben drüber. Wie machen wir das? Das steht rechts neben, alle zwei bis fünf Jahre. Dass man das beispielsweise als Teamworkshop, je nachdem wie groß man ist oder als Abteilungsworkshop, das muss klar sein. Und dieses Warum, das muss wirklich jedem Mitarbeiter klar sein. Das führt dazu, dass dieses Warum mittlerweile überall in großen Lettern oft, also so hier Wandtattoos und so, wirklich an die Büros gemacht wird, dass jedem klar ist, warum sind wir hier eigentlich angetreten. Und wichtig finde ich, dass man das trotzdem wenigstens mal alle zwei Jahre oder so reflektiert als Firma, als Chefs, als Managementetage, um zu sagen so, weil auch das kann sich ja verändern. Das wird sich, glaube ich, grundlegend im Herzen nicht verändern. Aber nehmen wir mal unser Lieblingsbeispiel Corona gerade. Das verändert am Ende, glaube ich, ganz, ganz viele Businessmodelle gerade. Insofern, das entsprechend da auch immer mal wieder zu reflektieren und gegebenenfalls im Team anzupassen, super wichtig. Daraus abgeleitet, auch noch eine Ebene, die wir, glaube ich, alle kennen, ist das Thema Jahresziele. Ich glaube, ich muss es ja nicht lange erklären. Meistens werden die im Oktober gemacht oder im November schon für nächstes Jahr. Die werden dann verabschiedet und dann halten wir an denen das ganze Jahr fest. Obwohl Ende Februar Corona gekommen ist, haben wir immer noch Corporate-Kunden, die immer noch, jetzt Ende Oktober, immer noch dieselben Jahresziele draufstehen haben wie Ende Februar. Obwohl ihr ganzes Business eingebrochen ist. Warum? Weil sie nicht die Flexibilität, weder in ihren Zielsystemen, noch in ihrer Mitarbeiterkommunikation, vielleicht auch Shareholderkommunikation und so besitzen, da entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Wo ich sage, Leute, wie kann das sein, wir müssen doch wenigstens unsere Ziele quartalsmäßig anpassen können. Und Quartal, kommt jetzt drauf immer drauf an, in welche Richtung wir gucken, Quartal ist ja eigentlich schon ziemlich viel Zeit. Für ein Corporate ist Quartal nicht viel Zeit. Ja, aber Jahresziele. Ich gebe euch gleich Beispiele dazu. Ja, so dann, jetzt müssen wir runter ins Team. Jetzt, also das war so die strategische Ebene und jetzt kommt so die Transferphase von der Strategie in die Umsetzung. Und da sind wir beispielsweise quartalsmäßig unterwegs. In unserem Team und so machen wir das auch meistens, wenn das passt, mit unseren Kunden. Dass wir sagen, okay, wir nennen das Quarterly. Ja, natürlich abgeleitet irgendwie aus hier Weekly by Scrum oder so. oder Daily. Quarterly, das heißt, eine Routine ist immer, bei uns jetzt als Beispiel, immer am ersten Montag des Quartals von 10 bis 12.30 haben wir im Team fest, da gibt es keine, das ist diskussionslos, haben wir fest unser Quarterly. Wichtig ist, dieses Quarterly kommt von mir. Sprich, das kommt vom Management, egal wie groß ihr jetzt seid. Weil, das ist für uns, diese Zeit, die meisten wollen diese Zeit der Kommunikation ja leider gar nicht haben. Aber es ist für uns die Gelegenheit zu senden, Updates zu senden aus dem Markt, aus der Strategie, aus der Konkurrenzsituation. Das heißt, das ist die Gelegenheit wirklich wieder, je nachdem, wenn ihr ein kleines Team habt, dann ist das Problem meistens nicht so groß. Aber das ist die Gelegenheit wirklich wieder, sehr enge Nähe zu dem Team aufzubauen und zu sagen, Leute, jetzt ist ja Corona gekommen, das haben ja alle gemerkt. So sieht es aus. Wenn ihr da die Möglichkeit habt, Jahresziele ein Update zu geben. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt Oktober, dass wir sagen, hier, unser Ziel war, eine Million Euro Umsatz. 687.000 Euro. Das heißt, Leute, wir haben noch 330.000 Euro offen bis Ende des Jahres. Schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Also je valider, datenbasierter ihr da auch wirklich Zahlen kommunizieren könnt und Status Quo entsprechend zeigen könnt, desto eher schafft ihr es da, Nähe wieder zum Team aufzubauen. Also ich glaube, die meisten, die irgendwie als Chef oder Chefin unterwegs sind oder alle haben ja dann zumindest einen Chef oder eine Chefin, wissen, bei denen passieren so Strategien da oben sehr, sehr oft. Und so Strategie-Switches passieren gefühlt, bei diesen Chef ist ja auch irgendwie gefühlt alle zwei Wochen. So ein Quarterly ist die offizielle Genehmigung dafür, dass das da passieren darf und dass es da aber auch formell an jeden gesendet wird und nicht immer so über den berühmten Flurfunk. Der letzter Punkt, der im Quarterly passiert, ehrlich gesagt von mir auch immer wieder unterschätzt, aber super wichtig ist, dass man dort so einen Teamprozess-Retro macht. Sprich, dass wir da einen Teil von diesem Termin nur dafür verwenden, um zu sagen, wie läuft unsere Kommunikation, wie läuft unsere Abstimmung im Team. Erst recht jetzt bei Corona, wo wir jetzt auf einmal alle remote sind und über Slack und Microsoft Teams und Zoom und so. Das heißt, die Kommunikation ist ja nicht einfacher geworden, dass man da wirklich sehr, sehr einfach sagt, okay, was läuft gut, was läuft nicht gut, was ist das Schlimmste, was wollen wir verbessern. Aus Teamsicht, also nicht immer nur Top-Down, sondern natürlich gemeinsam auch Bottom-Up zu gucken, welche Dinge müssen wir entsprechend angreifen. Da kommen so viele, das kennt ihr bestimmt hoffentlich, da kommen so viele Dinge ans Licht, über die wir vielleicht sogar täglich reden, aber am Ende dann doch irgendwie nicht fixen. Ja, das war jetzt so diese Mittelschicht zwischen Strategie und entsprechend Umsetzung und dann kommen wir jetzt unten, würde ich mal sagen, und das ist das Gegenteil von Dispettilich, da unten ist der Maschinenraum, da müssen wir jetzt arbeiten. Jetzt kommen wir runter in die Umsetzung. Aus dem Quarterly brechen wir das runter ins Monthly. Das heißt, auch da, wichtig wieder, Routine, immer der, bei uns als Beispiel, immer der erste Montag im Monat von 10 bis 12 ist unser Monthly. Wie funktioniert unser Monthly? Erstens, wir machen einen Review der fünf, maximal fünf, selbe Begründung wie oben bei den Jahreszielen, nur jetzt ein bisschen mehr, weil wir haben wahrscheinlich mehr Teams und mehr Mitarbeiter. Das heißt, wir machen einen Review unserer Monatsziele von letztem Mal. Ja, das heißt, wir haben fünf letzten Monat, fünf Monatsziele definiert. Wie definieren wir die Monatsziele? Wir gucken uns natürlich unsere Jahresziele an, nehmen die und gucken, okay, wo stehen wir, was müssen wir machen und entwickeln an der Stelle Experimente, Kampagnen, Sales Calls, Sales Kampagnen, Projekte oder was auch immer es ist, ja, um die möglichst auf diese Jahresziele natürlich einzahlen. Und da kommt ja die Sinnhaftigkeit der OKRs ins Spiel, dass du da sehr feingranular deine Ziele immer wieder transparent machst, damit die nicht vergessen werden und stellst halt an der Stelle dann sicher, dass die Ziele, die wir da definieren, auch wirklich, also das passt auch nicht immer 100 Prozent, sind wir ehrlich, aber so stellst du zumindestens dar, dass du sagst, okay, wo, auf welches unser Jahresziele zahlt das denn ein? Review der letzten Ziele und wir, hört sich sehr simpel an, und wir definieren einfach unsere neuen Fünf-Monats-Ziele. Wichtig finde ich zwei Dinge, wer macht das eigentlich? Ich habe eben gesagt beim Quarterly, das ist mein Meeting, wo ich sende und natürlich mir Feedback einhole, aber das Ding führe ich, das ist mir auch wichtig. Das Monthly wiederum, da bin ich ganz normales Teammitglied, das heißt, die Ziele kommen aus den Team-Membern, aus den Teams selber. Das heißt, wir machen das immer so ein bisschen Workshop-artig, dass wir sagen, okay, das Review der letzten Ziele machen wir gemeinsam. Und wenn wir dann sagen, so, jetzt definieren wir unsere Fünf-Neun-Monats-Ziele, sagen wir mal so, komm, jeder macht seine drei Top-Vorschläge. Entweder ihr in der kleinen seid, jedes Teammitglied, wenn ihr größer seid, jedes Team macht seine drei, vier Vorschläge, was die Monatsziele für den nächsten Monat sein sollten. Wichtig, das müssen nicht nur Monatsziele sein, die ich vorschlage für meinen Bereich, sondern die können auch über andere Bereiche drüber gehen. Das ist wichtig, weil das ist ja wiederum, erstmal wollen wir ja unseren Leuten beibringen, immer größer zu denken und auf das große Ganze einzuzahlen, erstens. Und zweitens ist das wiederum ja auch Feedback für die anderen Teams. Wenn jemand sagt, boah Leute, für euer Team, das wäre doch wichtig, dann nehme ich das natürlich als Feedback auf und kann nachher gucken, ob daraus ein Monatsziel wird oder nicht. Das heißt, wir haben diese ganzen Vorschläge für den Monatsziel gesammelt und entscheiden uns dann gemeinsam, ob wir jetzt dann Voting machen, wenn wir größer sind oder wenn wir kleiner sind, kriegen wir das auch einfach ausdiskutiert. Und entscheiden uns dann gemeinsam, das macht auch nicht der Chef oder die Chefin, sondern entscheiden uns dann gemeinsam für die fünf Top-Ziele, von denen wir sagen, die zahlen am meisten auf unsere Jahresziele entsprechend ein. So, letzter Punkt. Was brauchst du, steht da. Du als Leader, Teamleiter, Chef, Eigentümer, whatever, musst da eine ganz besondere Rolle spielen und zwar die, manchmal hat man ja auch so eine Doppelrolle, das heißt, du bist irgendwie Teammitglied, aber auch Chef. Und das ist ja sehr, sehr häufig, ist ja bei mir genauso, dass du eigentlich an der Stelle nur sicherstellst, dass du sagst, okay, Leute, du hast Ziel eins. Owner von dem Ziel ist Basti, mein Kollege, Björn kennt den, und sagst, okay, Basti, hast du alles, um dieses Ziel zu erreichen? Was brauchst du? Kann ich dir noch irgendwas besorgen? Brauchst du ein Tool dafür, was du nicht hast? Brauchst du einen Prozess dafür, den du nicht hast? Brauchst du vielleicht Budget dafür, das du nicht hast? Brauchst du vielleicht eine Ressource aus einem anderen Team oder was Externes oder brauchst du vielleicht mich, die knappste Ressource in diesem Unternehmen, für was auch immer, dass man da wirklich quasi den Leader raushängen lässt und ganz klar sagt, okay, was brauchst du, um dein Ziel zu erreichen? Das heißt, das Ziel von dem Manzli ist, dass wir fünf neue Ziele definiert haben, die auf das Jahresziel einzahlen und dass im Prinzip jeder alles hat, was er braucht, um dieses Ziel auch zu erreichen. Dann hast du normalerweise als Leader einen guten Job gemacht, okay? Das letzte Mal relativ kurz, same, same, wir gehen runter auf Wochenebene, das heißt, dasselbe Prinzip machen wir wöchentlich, montags, 10 Uhr ist bei uns Weekly, meistens eine Stunde, wir machen Review der letzten Wochenziele, was hat gut funktioniert, was nicht. Das ist jetzt, seht ihr gleich in dem Beispiel, das ist sehr experimentenlike schon, da stehen richtig quantitative Zahlen dran, da sind kleine Experimente, die lassen wir sieben Tage laufen, um zu gucken und sagen an der Stelle natürlich ganz klar, okay, was sind die neuen Ziele und das ist ganz wichtig, die kommen komplett aus dem Team raus. Das heißt, wenn ich ganz ehrlich bin, arbeite ich daran, mein Team so aufzubauen und auch so zu designen, dass ich im Prinzip auf dieser Wochenebene da unten irgendwann, außer dass ich es natürlich total liebe, da unten zu sein, wenn ihr mich so ein bisschen kennt, ja, aber dass ich eigentlich da unten nichts mehr verloren habe. So muss man ein Unternehmen ja irgendwie in die Skalierung bringen. Ja, und da kommt wirklich raus, okay, was macht der eine diese Woche, was braucht er dafür, wie hängt ihr zusammen, wie hängen zwei Experimente, vielleicht sogar inhaltlich zusammen, das ist im Prinzip ganz grob unser Wochenplan. Wichtig, so klassische To-Dos, die irgendwie ganz dringend gekommen sind, da muss man jetzt nicht immer so ein Wochenziel draus machen, sondern die macht man einfach. Das heißt, es gibt weiterhin natürlich einfach Dinge, die einfach so gemacht werden, sondern wir geben uns sehr, sehr viel Mühe, in diese Wochenziele wirklich Experimente reinzuschreiben. Das wird zum Beispiel sagen, okay, wir wollen diese Woche, das wird ihr gleich im Beispiel sehen, 20 Leads einsammeln, indem wir einen neuen Marketingkanal XY ausprobieren und nehmen uns dafür 250 Euro im Budget. Das ist so sehr quantitativ messbar und dann gibt die Person, die der Owner ist, gibt da alles rein, um dieses Ziel auch wirklich zu erreichen. Wichtig, wenn das Ziel nicht erreicht wird, ist das kein Problem, sofern wir im nächsten Weekly die Learnings auf den Tisch legen und sagen, okay, wir haben hier 250 Euro ausgegeben, es hat nicht funktioniert, wir haben unser Ziel nicht erreicht, aber das haben wir gelernt. Genau an dem Punkt, wo das ins Spiel kommt, machen wir auf einmal Growth Hacking. Das ist ja das, was ich als Growth Hacking bezeichne, dass wir eine große Strategie Schritt für Schritt ins To-Do umbrechen, in kleine Experimente umbrechen, um dann da messbar Fehler zu machen, aber eben entsprechend messbar aus diesen Fehlern zu lernen. Okay, jetzt habe ich doch viel geredet, wie versprochen. Das war die Theorie, dann mache ich einmal Beispiele dran. Wir fangen ganz oben an, sorry, wir müssen nachher. Das Thema Why, How, What? Das ist ein eigener Workshop und wegen mir sogar ein Workshop-Tag, den wir übrigens nicht anbieten. Aber wenn ihr da mehr zu haben wollt, googelt mal nach Simon Sinek, The Golden Circle. Ich glaube, besser kann man das Thema auch nicht erklären. Ich mache mal hier ein Beispiel, mal nur das Why von uns und ihr seht, das ist sogar noch ein bisschen holprig, wenn ihr uns ein bisschen kennt. Ich sage einfach, egal, was wir mit unseren Kunden machen, und ihr seid ja noch nicht mal Kunden, also Isabella schon, Björn auch, aber ich weiß einfach aus der 15 Jahren Erfahrung, Wachstum kommt aus Umsetzung. Das heißt, egal, welches Format wir mit euch machen, wir wollen euch in die Umsetzung bringen, weil wir wissen, nur die Umsetzung ist das, was am Ende dazu führt. So, nächste Ebene, Ziele. Ich habe mal hier unser Umsatzziel ausgeblendet, weil wir Rekord haben, das muss jetzt nicht wirklich jeder sehen hier. Ziele. Unser Beispiel. Das ist wirklich ganz konkret. Natürlich haben wir ein Umsatzziel. Wir sind auch so etwas wie ein wachsendes Startup. Ganz stumpf, eine Zahl drauf. Wir haben dieses Umsatzziel nicht im ersten Quarterly, sondern am 1. Juni quasi haben wir dieses Umsatzziel angepasst, weil auch wir, beziehungsweise eigentlich wir selber nicht, aber auch unsere Kundschaft, gerade die großen Corporates, wo wir unsere Trainings reinverkaufen, die sind natürlich betroffen von Corona, sodass wir unser Umsatzziel auch nach unten korrigieren mussten. Wo ich sage, hätte ich jetzt auch so stehen lassen können, aber das macht doch keinen Sinn. Unser Umsatzziel war sportlich genug, auch schon ohne Corona, so wie ein Ziel auch sein muss. Aber es macht aus meiner Sicht auch in die Kommunikation, ins Team rein, macht es keinen Sinn, sowas nicht anzupassen. Umsatzziel, Beispiel. Dann ist unser Ziel hier, wir sind ja im Aufbau, dass wir unser Team Ende des Jahres am Start haben, und zwar zwei Sachen performant. Das heißt für uns, das läuft, das ist schon on-boarded. Das heißt, wir fangen auch nicht an, Weihnachten zu rekrutieren, sondern wir wollen sicherstellen, dass wir Ende des Jahres das Team am Start haben und dass wir auch alle glücklich damit sind. Ihr seht auch, die können auch schon mal loser formuliert sein, da oben auf dieser Strategieebene. Dann, nächster Punkt, ihr seht, das haben wir schon angepasst wiederum im Juni, weil Corona gab es ja letzten Dezember noch nicht, dass wir sagen, okay, wir wollen ganz knüppelhart viel mehr auf Brand Awareness einzahlen für unsere Company, weil wir wissen und fest davon überzeugt sind, dass 20 Leute bei uns waren, finden die immer alle geil, was wir machen und arbeiten gerne weiter mit uns zusammen, aber sie wissen einfach viel zu wenig Leute, was Growth Hacking ist und dass wir eigentlich da sind, um das mit euch zu machen. Das heißt, es ist ein ganz klassisches Brand Awareness Ziel. Kann ich euch gleich mal zeigen, wie wir das quasi in die Umsetzung gebracht haben. Wichtig ist, wir sind ja auf oberster Strategieebene Jahresziele. Ich finde immer wichtig, dass es eine Mischung ist zwischen rein monetären Umsatzzielen und aber auch auf Team Ebene und auch Produktebene irgendwie mit drinstehen. Wenn ihr Fragen habt, schmeißt die einfach rein. So, jetzt gehen wir runter. Das ist ein echter Screenshot von diesem Monat mit unserem echten Ding. Ich muss selber nochmal nachgucken, weil der Monat läuft ja schon ein bisschen jetzt. Als Beispiel, das ist das, was wir wirklich monatlich machen und ihr seht, A, dass hier wirklich die Namen hinterstehen, die dafür verantwortlich sind. Beispiel hier oben ist sozusagen, das geht in Richtung Sales Ziel, dass wir sagen, wir wollen mit den Maßnahmen, die wir zum Beispiel in Social Media machen und so weiter, dass wir 100 Marketing Qualified Leads beziehungsweise 30 Sales Qualified Leads, jetzt müsste ich euch einmal kurz den ganzen Funnel erklären, das ist schon ziemlich weit unten drin, ja, dass wir die generieren wollen. Wie wollen wir das machen? Da haben wir schon ganz viel experimentiert, dass wir sagen, okay, wir sagen für ein Marketing Qualified Lead, das heißt, es ist nicht irgendein Lead, den wir eingesammelt haben, sondern schon einen, wo wir sagen, der ist Zielgruppe, haben wir gemessen, sagen wir so, ja, der ist uns 20 Euro wert. Macht ein Budget, 100 mal 20 Euro von 2000 Euro für reine Ad Spendings. Nur mal als Beispiel. Das könnt ihr gerne kommentieren, das ist schon relativ fein granular runtergebrochen, aber wichtig, da stehen nicht die Maßnahmen drin. Da steht nicht drin, wir machen das so mit der Kampagne oder so, oder wir machen das über Instagram oder LinkedIn oder whatever, sondern das ist schon auch da erstmal auf Team-Ebene runtergebrochen. Ich will die jetzt nicht alle durchgehen, das würde jetzt den Zeitrahmen sprengen. Vielleicht mal hier das dritte Ziel ist entscheidend, weil ich weiß, dass ein paar von euch ja in der Richtung unterwegs sind. Thema Content-Marketing, da sind wir noch nicht so weit. Wir haben eine neue Kollegin an Bord jetzt seit zwei Monaten und so, wo wir sagen, wir sind da jetzt noch nicht so weit. Da wirklich quantitativ zum Beispiel zu sagen, okay, mit dem Content, den wir machen, wollen wir diesen Oktober 50 Leads generieren. Da werden wir hinkommen und zwar würde ich schon behaupten, ab nächsten Monat, aber weil wir unsere Mitarbeiter und unsere Kollegen natürlich erstmal onboarden müssen und in unsere Prozesse und so einführen, sagen wir, nee, hier haben wir sehr, sehr strategisch erstmal das Ziel benutzt, überhaupt in die Umsetzung zu kommen. Nur mal als Beispiel, wie, also ich sag mal so, wie viel Cent wir versuchen da reinzugeben. Dass wir sagen, okay, das heißt, Execution gleich Growth, ihr erinnert euch, dass wir sagen, okay, wir machen 20 Posts auf LinkedIn, wir schreiben acht Newsletter und publishen halt acht Podcasts. Das ist ziemlich viel für einen Monat, glaube ich. Ravi, du kannst einmal sagen, ich glaube, wir sind, im Monat ist ja fast vorbei. Ich glaube, wir sind ganz gut on track, oder? Ja. Also sechs haben wir gepublished bis jetzt. Sechs Podcasts, die anderen zwei schaffen wir diese Woche auch noch. Nur mal als Beispiel. Das heißt, nächsten Monat entwickeln wir uns da weiter, weil Ravi auch entsprechend weiter ist, dass wir sagen, okay, da geht es nicht mehr nur noch ums Rauspushen, sondern da geht es darum, dass wir eher sagen werden, okay, wie viel wir rauspushen, steht auf dem anderen Blatt, aber wir wollen mit diesem Content, den wir machen, aktiv, einfach mal ein Beispiel, 50 Leads generieren. Das heißt, wir gehen da einen Schritt weiter runter. Könnte ich jetzt alles durchgehen? Ihr seht auch, hier ist ein Recruiting-Ziel unten drauf als Beispiel. Das ist eher so, das ist immer noch meine Baustelle irgendwie, an der ich gerade wöchentlich scheitere, weil ich weiß nicht, wer von euch schon mal Recruiting gemacht hat. Das ist leider ein Fulltime-Job. Und ehrlich gesagt, wir haben gerade so viele Coachings und Workshops, was eine gute Nachricht ist, aber verdammt nochmal, ich habe keine Zeit für Recruiting. Das heißt, ich schreibe mir das selber immer als Ziel da rein, damit ich es jeden Tag sehe und wie jetzt gerade schon wieder die Oberkrise dann kriege. Ja, aber so muss es ja irgendwie sein. Okay, Fragen zum Monatsziel? Stopp. Gut, dann gehen wir weiter. Jetzt gehen wir ganz runter. Wochenziel, heute ist Dienstag, gestern Morgen um 10 beschlossen. Und da seht ihr jetzt auf einmal, da werdet ihr kein einziges Wort verstehen, wenn ihr das einfach nur lest, ob das gut ist oder schlecht. Das hat der Basti geschrieben, das liegt da dran. Sondern hier ist Teamlogik. Das passiert in deinem Team operativ. Wie arbeitet ihr zusammen? Wodrauf wir versuchen, sehr, sehr viel Wert zu geben. Wirklich, dass am Ende dann doch so konkret, und das ist wirklich eine Challenge, so konkret aufzuschreiben, wie es geht. Möglichst messbar, Zahlen, Daten getrieben zu sagen, okay, wir wollen das machen die nächsten sieben Tage, sodass wir nächsten Montag wieder gucken können, ja, was haben wir davon erreicht, was nicht. Und vor allen Dingen, habe ich eben schon gesagt, warum nicht? Warum hat das hier mit den 10 SQLs nicht geklappt, als Beispiel? Und so weiter und so fort. Ja, so das war einmal jetzt die große Reise von Why, How, What runter bis in die Wochenziele. Und mir war es ehrlich gesagt sehr, sehr wichtig, da wirklich die konkreten Beispiele dran zu hängen, sodass ihr da was habt, wie das jemand wirklich macht. Weil alle reden immer nur von irgendwelchen Management Frameworks und von der Theorie. Und dann muss man auch Objectives oben machen und die in Key Results runterbrechen. Aber am Ende, korrigiert mich, aber kann man sich das immer so schlecht vorstellen. So, und damit würde ich gerne einmal, wenn ihr habt, die Fragesession eröffnen, Kommentarsession eröffnen. Findet ihr das gut? Findet ihr das nicht gut? Wo habt ihr konkrete Fragen? Macht ihr das genauso? Würdet ihr das gerne genauso machen, aber wisst nicht, wo ihr anfangen sollt? Könnt ihr noch 10 andere Fragen stellen? Schießt einfach mal los. Also erstmal danke. Ich hätte zwei Fragen. Einmal, was sind so Stolperfallen, die du jetzt so aus Erfahrung mitnehmen würdest? Und macht ihr das auch bei Kunden? Und wenn ja, für welche Kunden ist es nicht geeignet? Oder würdest du sagen, ist es für alle geeignet? Ja. Ich fange schnell hinten an, weil die Frage ist glaube ich am einfachsten. Ich bin der Meinung, es ist grundsätzlich für alle geeignet, wenn du es wirklich nicht einfach so nimmst, sondern wirklich auf den jeweiligen Case adaptierst. Das geht sogar so weit, dass du ja, nehmen wir mal an, du bist Abteilungsleiter in einem riesigen Corporate. Da könntest du ja, du erbst ja quasi dein Ziel von oben. Du könntest ja diese Art des Managements ja sogar in deiner Abteilung aufbauen. Wenn du Teamleiter bist, du könntest ja diese Art in deinem Team aufbauen. Jetzt mal einfach nebenher, ohne dass es jemand merkt. Weil wie du dein Team am Ende steuerst und managst, das kannst du besser machen als die anderen oder schlechter. Also deswegen sage ich, habe ich wirklich den Erfahrungswert gemacht, wenn du das wirklich anpasst auf den jeweiligen Use Case von Menschen, Prozessen, Business Case und so weiter, kann das wirklich für alle funktionieren. Dabei bin ich bei Stolperfalle 1, weil das ist die erste Stolperfalle 1, dass man das Ding einfach nimmt und versucht so oben drüber zu stülpen. Das Ganze, habe ich eben schon gesagt, genau wie Scrum und sonst irgendwas, alles super Dinger, aber sofern du das nicht anpasst, wird das halt nicht funktionieren. Stolperfalle 1. Stolperfalle 2 ist aus meiner Sicht, dass man das nicht, und dafür ist es eigentlich da, dass man das wirklich als Leader, der das Ding vorantreibt, dass man das als Kontrollmechanismus benutzt. Wichtig ist, das Mindset, was dahinter steht, ist nicht Kontrolle. Wenn ich hier oben reinschreibe, MQL-Check des Formularexperiments, MQL-Check des Formularexperiments, 10 SQLs, aus OKR-Workshop-Bestand und MQLs anrufen, von Bastian. Ja, dann steht das da nicht drin, weil ich kontrollieren will, ob der das schafft. Sondern das steht da drin, weil wir das gemeinsam erreichen wollen und ich will nächsten Montag sehen, dass da eine 7 steht und dass wir sagen, boah, geil, 7, warum nicht 10 und dass wir uns dann in die Augen gucken und sagen so, das müssen wir optimieren und das auch. Das ist kein Kontrollmechanismus, so wird es aber oft benutzt, sondern das ist wirklich ein gemeinsames, ja, wir tracken den Fortschritt und den Fortschritt tracken ist nicht gleich Kontrolle. Ja, das ist für mich Stolperfalle 2 und Stolperfalle 3, ehrlich gesagt, ist, dass es eben nicht, wenn wir gerade in mehreren Teams arbeiten, ja, dass es eben nicht transparent zwischen den Teams kommuniziert wird, was die anderen so machen. Weil das wird immer wieder unterschätzt, jede Abteilung macht dann am Ende, das kann auch in einem kleinen Team, jeder Mitarbeiter in deinem 5er-Team macht irgendwas, aber die, gerade remote, ist ja noch schlimmer geworden, aber die anderen wissen gar nicht, was die da so machen. Auch da geht es nicht um Kontrolle, sondern zu sagen, wie können wir besser, ich habe das schon gemacht, du musst das nicht machen. So, dass man das als Transparenzwerkzeug benutzt, statt, ja, da die Silos eigentlich noch weiter zu verschärfen. Das sind so die, das sind so die klassischen Stolperfallen. Wenn du sagst, wo kann ich anfangen, hätte ich gesagt, fang mal mit einem kleinen Team an, ne, also fang nicht direkt mit dem großen Wurf an, sondern fang mal in einem kleinen Team an und versuch mal da auszuprobieren, wie das so geht. Und dann kann man das von da aufs nächste Team und irgendwann ist es in der Abteilung und irgendwann ist es vielleicht in dem Bereich und so. Und dann, also eher glaube ich, ich würde immer empfehlen, dass es ein Bottom-up-Ding ist. Es wird aber immer als Top-down verkauft. Vielleicht Stopp-Falle 3. Alles klar, danke. Cool. Neumann? Ja, vielleicht ich nochmal, okay, bitte. Kannst du auch gerne zuerst. Kommt mal, das passt gerade zum Thema mit Top-down und Bottom-up. Ich sehe schon tatsächlich einen Clash in diesem kulturellen oder Willingness so zu arbeiten. Ich bin jetzt von einer riesengroßen Firma, das wird uns auch mit 29 Ländern in einer neuen Region einholen. und man sieht schon, es gibt ja Kollegen, denen fällt es einfach, die arbeiten auch schon so ein bisschen und es hat nichts mit dem Alter tatsächlich zu tun. Und ich bin so ein bisschen nochmal auf der Suche, zu sagen, okay, teste das mal, weil was für ein großes Unternehmen auch hat, diese ganz vielen oder mehr Hierarchiestufen zwischendrin, und eher das Direkte auch mit den Mitarbeitern selber zu suchen, um die da hinzubringen, dieses Bottom-up herzukriegen. Gibt es da, wenn wir internationaler gehen und das ausweiten, irgendwelche Tipps und Tricks von euch noch, wie das anzufangen ist, braucht man einen Moderator des Ganzen, da nicht in die Themen drinstehen, sondern das Ganze moderiert, zu sagen, okay, warum passt das, wieso machen wir das und diesen Rückfluss gewährt zu leisten, also wie so ein Scrum Master vielleicht für sowas. Was ist da eure Erfahrung oder Tipp? Ja, super gute und super schwierige Frage, dafür muss man das ganze Organigramm irgendwie kennen. Mein Erfahrungswert mit diesen Corporates ist das, dass ich schon sage, am Ende hast du ja so pro, ich sag mal pro Management Level, wirst du an irgendeiner Form okay, glaube ich, einführen. Das ist ja, du nimmst ja jetzt nicht dieses Prinzip und knüppelst das einmal auf so einen riesen Corporate drüber, gerade weil ihr Location basiert, an sich ja schon unterschiedliche Kulturen und so habt, sondern du hast ja eher so um Management Ebenen, die haben ihre eigenen OKRs. So, da kannst du natürlich mit einem Moderator oder jemand, der das für die, weil die werden sich ja die ganze Zeit streiten, also gerade da oben auf Management Ebene, da geht es ja auch um Politik und so weiter, das heißt, da oben das durch Moderatoren einzuführen und vor allen Dingen auch on track zu halten, glaube ich, es ist sehr sinnig und das wiederum würde ich eher dann so pro Management Level, da kommt die nächste Führungsebene, da würde ich das dann auch wieder quasi so als Querschnitt machen, bis runter dann in die Teams, wo du natürlich dann probieren kannst, pro Team, pro Abteilung, pro Land vielleicht bei euch oder wie auch immer ihr da designt seid, sozusagen, ja, die haben wiederum ihren eigenen, ich sag jetzt mal, Moderator, OKR Master, der das für die regelt, vielleicht noch ein Satz dazu, ich würde das, weil ihr sowas ja nicht habt, immer mit externen beginnen, aber das Ziel aus meiner Sicht sollte immer sein, dass das irgendwann interne übernehmen, ob das oben ehrlich gesagt, jetzt einmal schnell laut gedacht, auf Management Ebene auch funktioniert, wahrscheinlich nicht, so, die werden wahrscheinlich immer einen externen Streitschlichter irgendwie brauchen, ja, aber so weiter das runtergeht, glaube ich, immer mit einem externen Starten, weil die das Know-how haben, die haben die Erfahrung aus ganz, ganz vielen Teams, aber es müsste immer das Ziel sein, dass, weiß ich nicht, nach sechs Monaten oder nach einem Jahr, wenn man das mal gemacht hat, dass das eigentlich, dass intern sich jemand identifiziert hat, durch Schulung und so, dass diese Personen das intern übernehmen können, weil, das würde ich, das muss aus dem Herz kommen, so, weißt du, wie ich das meine? Ja, Ja, ich weiß, wie du das meinst und das ist genau in so einer größeren internationalen Organisation tatsächlich auch nochmal eine größere Herausforderung. Good News, wir haben irgendjemand beauftragt, jetzt der Simplify auf der Headline hat, weiß ich, im Titel, das wird spannend, aber ich glaube, ein guter Start auch, dann nochmal genau in solche Richtung zu gehen. Danke. Sehr gerne, Basti, hast du notiert, wir müssen Simplify in unsere Headline reinschreiben. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, Vereinfachung, es geht um Vereinfachung in diesen komplexen Systemen und komplexen Welten. So, Björn, du hast auch noch was. Genau, und zwar, wir haben das Ganze angefangen, jetzt quasi mit Beginn des Quartals und wir haben relativ viele Themen, die mehr oder weniger diskret sind, also das heißt, irgendwie es ist getan oder es ist nicht getan und gerade bei den Dingern merkt man halt relativ schnell, also das ist meistens irgendwie, wir brauchen ein Software-Tool, um XY zu erledigen bis spätestens Ende des Quartals oder bis irgendwie so zu vielten und da ist es natürlich relativ schwierig, gerade wenn man in Richtung Key Results denkt, einen Fortschritt zu tracken, man kann natürlich irgendwie wieder ein Feeling aufkommen lassen, allerdings finde ich gerade den Charme des Key Results, auch dass ich, ich bin ja nun mal Ingenieur, dass ich auch eine Zahl sehe, wo ich halt sagen kann, okay, wir sind da so auf dem richtigen Pfad oder nicht, also die einzige Sache, die ich jetzt mitnehmen würde, war das, was die Isabella auch eben angesprochen hatte, ich habe ein Tricket-System, da steht irgendwie was hinter, was mein OKR ist und das möchte ich erreichen und wenn ich alle abgearbeitet habe, habe ich erreicht, aber ansonsten tue ich mich da relativ schwer, sozusagen auch ein Result hinterzusetzen, was ich tracken kann. Ich gebe dir mal ein Beispiel, vielleicht ist das hier, nehmt mal hier die, die, nehmt mal gerade gucken, nehmt mal hier die, das Vorletzte und das Drittletzte hier unten und wenn wir, wir sind gerade im OKR-Event übrigens, falls ihr das noch nicht gemerkt habt und das ist, das ist ja kein messbar, also das ist ja kein quantifizierbares Ziel, aber verdammt nochmal, das war für diese Woche total wichtig, ja, dass wir die Anmeldeseite in Eventbrite am Start hatten, entsprechend unseren Newsletter dazu verschickt haben, ein bisschen Social Media gemacht haben und vor allen Dingen auch, dass der Lennerts hier eine Weltklasse-Präsentation an den Start bringt. Ne, so, das sind eher so im Sinne des Definition of Done, ne, also was sind die Punkte, die gewährleistet werden müssen, damit dieses Event hier stattfinden kann, ohne dass es jetzt quantitativ messbar ist. Das darf aus meiner Sicht in Wochenziel, wenn es wichtig ist, immer rein, in Monatsziel huscht das bei uns schon mal rein, aber eigentlich finde ich, da haben wir es in Monatsziel auf der Ebene oben nicht mehr so rein. Aber ganz ehrlich, du kennst mich ja auch, ich finde auch da, wenn man da jetzt immer so korinthenkackermäßig unterwegs ist und sagt, oh, das darf da oben aber so nicht, das hilft keinem Team, sondern immer das, die Mischung aus Datengetriebenheit und Bauchgefühl ist aus meiner Sicht die, wir sind ja auch keine mehr zwölf mehr, wir haben ja alle auch Erfahrungen im Business und in unserer Zielgruppe ist aus meiner Sicht da immer, immer angemessen. Also das, was ich halt immer angenehm finde, also für mich selber, ist halt einfach, wenn ich sehe, ich kann einen Fortschritt machen und gerade, wenn das dann größere Sachen sind, die du jetzt wirklich auch über Monate tun musst, weil du es halt nicht mal eben in der Woche in einem Sprint irgendwie durchkriegst, dass du das Gefühl hast, einen Fortschritt zu erzielen. Also nicht im Sinne von, wie du es eben gesagt hast, Kontrolle oder Ähnlichem, sondern mir geht es eher darum, so diesen motivierenden Faktor zu nutzen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt wirklich was getan und wir haben uns auf dieses Ziel zubewegt. Das finde ich halt immer cool, wenn du das irgendwie hast. Finde ich gut. Ja, noch eine zweite Frage vielleicht, wenn ihr euch Ziele setzt, gibt es ja auch so diese klassische, dieses klassische Zielkorridor 0,7 bis 1,0 als Spreadgoal. Macht ihr das oder sagt ihr, wir setzen uns Ziele, die wir auch wirklich erreichen wollen? Ja, also es gibt noch Kategorie 3, hätte ich es fast gesagt. Das ist so, boah, wir setzen uns so bewusst so unerreichbare Ziele, weil wir die geilsten sind und uns das ganz schlimm motiviert. So, da stehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht drauf. Also ich stehe auf geile Ziele, aber ich bin auch Meister der grünen Haken. Ich stehe auch selber drauf, wenn man da mal so einen grünen Haken dran macht. Und dann den anderen Punkt, wo du sagst, so dieses Gap von den Zielen, die du nicht erreicht hast. Ehrlich gesagt, wir sprechen da eigentlich nicht drüber, aber ich habe immer so im Bauch, und das kenne ich auch so von unseren Kunden, wenn wir fünf Ziele aufschreiben, finde ich, sollten wir mehr als die Hälfte davon erreichen, sonst haben wir uns schlechte Ziele gesetzt. Und das wären ja dann 60 Prozent, ist das korrekt? Drei von fünf wären 60 Prozent so. Wenn wir vier erreicht haben, ist das gut. Fünf, muss ich ehrlich gesagt sagen, erreichen wir nie. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass wir natürlich selber auch, weil wir sind ja auch ein neu aufgebautes Team und so, man ist immer im Übungsmodus. Und um deine Frage zum Antworten, wir achten da jetzt nicht sehr auf diese 0,7 oder so. Ich habe eher immer so im Bauch, dass ich sage, wir müssen die Ziele schon so designen, dass wir mehr als die Hälfte erreichen, weil sonst, wenn das weniger ist, sind wir irgendwann demotiviert auch. Und wenn wir immer auf fünf sind, glaube ich, sind unsere Ziele nicht sportlich gewünscht. Und deswegen, das ist so meine persönliche Marschroute. Ja. Gut. Was haben wir noch? Habt ihr noch Fragen sonst dazu? Hilft das? Gibt es irgendwen? Könnt ihr uns sagen, was ihr, vielleicht auch mal die anderen, die noch irgendwie gar nichts gesagt haben, ich stehe ja immer nicht so auf Webinar, ich freue mich ja immer über Interaktion, nehmt ihr irgendwas mit, was ihr vielleicht versucht oder umsetzt, weil dann bin ich ja immer sehr glücklich. So konkret? Ja, klar. Für mich war das Thema Runterbrechen eigentlich in die wöchentlichen Ziele nicht so klar, beziehungsweise wie formuliere ich wöchentliche Ziele, dass sie wirklich messbar sind. Vielleicht auch eine Frage dazu, wie viel Planungszeit benötigt ihr? Ist das in der Gruppe? Oder ist das, jeder trägt seine Ziele bis zu einem gewissen Zeitpunkt ein und dann wird das gemeinsam besprochen? Wie regelt ihr das? Ja, geile Frage. Haben wir uns weiterentwickelt. Wir hatten mal den Prozess, dass wir gesagt haben, bis montags morgens um 9 Uhr, also unser Weekly ist um 10 und wir hatten mal den Prozess, dass jeder, jedes Teammitglied, wir sind sieben und remote und so, dass jeder bis 9 Uhr seine drei Vorschläge für die Wochenziele in Slack postet. Sodass wir im Prinzip die Zeit sparen und eigentlich am Anfang des Weeklys nur die 3 mal 7, wenn sie sich nicht, also quasi 20 plus 1 Ziele quasi konsolidieren und da sehr, sehr viel schneller reingehen. Frag mich nicht, warum, aber das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Obwohl wir Reminder automatisiert haben und so. Und ehrlich gesagt, als ich das erste Mal gemerkt habe, dass ich der Einzige bin, der dann kurz um 9 Uhr noch dahin sprintet, um einem guten Vorbild vorauszugehen, habe ich irgendwann gedacht, so ey, ganz ehrlich, das ist dann einfach nicht der richtige Prozess. So, dass wir das jetzt komplett in dem Weekly einfach machen. Dieses Weekly dauert eine Stunde normalerweise. eine Sache, eine Sache, die mir da sehr wichtig geworden ist, ist die im Vergleich zu einem Stand-up beim Scrum. Da ist ja diskutieren und Inhalt und so verboten. Und ehrlich gesagt, wir nutzen diese Stunde, manchmal ist es auch anderthalb, aber länger darf es nicht sein. Die haben wir auch im Kalender geblockt, es sind anderthalb geblockt und wir versuchen aber immer auf eine Stunde zu langen. Das heißt, wir versuchen schon, Inhalt auch an die einzelnen Beispiele ranzubringen. Warum? Weil ich jetzt sage, wir sprechen doch sonst in so einer Remote-Teams viel zu wenig und dann will ich wenigstens die Gelegenheit hier haben, auch von mir, ganz, ganz viele Erfahrungen, ganz viele Bereiche zu sagen, so, da packe ich jetzt kurz auf einmal meine drei Ideen dran, damit der Order, damit haben wir uns das Briefing im Nachgang schon gespart. Das heißt so, um deine Fragen konkret zu beantworten, den alten Prozess haben wir nicht mehr, so, wir packen das in eine, maximal anderthalb Stunden rein, sind sieben Leute, die halb remote sind und halb hier in Köln vor Ort. Das heißt, wir sitzen mit der einen Hälfte dann immer hier zusammen im Büro in Köln und die andere Hälfte ist Gott weiß wo. Ja? Okay, danke. Gerne. Wen haben wir noch? Das Wort? Mal gucken hier. Jakob? Wie sieht es bei dir aus? Hast du gedacht, du könntest dich in der letzten Reihe verstecken, ne? Hat nicht geklappt. Ich sitze ja ganz, ganz weit draußen, ja. Ja, ich suche jetzt gerade Fragen, ne? Irgendwie leuchtet mir das eine, vielleicht auch eine, ja. Ich meine, wenn man jetzt, sagen wir mal zum Beispiel, Inbound-Themen da einbaut, das ist ja schwer planbar, also ich kann ja jetzt nicht irgendwie sagen, wie viele Leute erfüllen unser Kontaktformular aus, ne? Wie, wie, wie? Kann ich das? Ich lasse dich gerne ausreden. Ja, ja, gut, ja. 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 Ich kann es ja trotzdem, also klar, man kann ja ein bisschen steuern, aber letztendlich ist es ja auch ein bisschen eine Frage dessen, wie der Markt reagiert. Also ich, ich, ich nehme das Inbound jetzt sozusagen nur so rein als, als Aushängeschild. Wie, 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 wie planten, plant ihr da? Weil ich meine, eigentlich kann man nur die Maßnahmen planen, die, die man selbst irgendwie unter Kontrolle hat, oder? Ja, absolut, aber Inbound, also ich glaube, es gibt Beispiele, wo du komplett recht hast, aber Inbound, muss ich sagen, ist, we call it the Klassiker, ja? Das heißt, da sage ich, Beispiel hatten wir eben auch da drinstehen, ne? Zu sagen, okay, welcher Marketingkanal ist dein Liebster, wo ihr Inbound-Marketing macht? Google, LinkedIn? Wo meistens bist du mal mit AdWords, ja. Ja, AdWords, so, Google, ja. Google AdWords, dass du sagst, okay, sieben Tage haben wir Zeit, was nehmen wir uns vor? Wir haben unsere Keywords am Start, oder vielleicht wollen wir mal ein Experiment machen, wir wollen mal ein neues Keyword-Set, ein neues Thema irgendwie ausprobieren, haben dazu eine Landingpage gebaut, dass du halt sagst, okay, wir haben, wie viel Budget haben wir? 500 Euro, wir haben 500 Euro Budget, und dass wir da wirklich datenbasiert die Frage stellen, okay, auf Basis vielleicht von anderen Erfahrungsdaten, aus anderen Kampagnen, oder du weißt halt, was dich ein Lead kosten darf, kann, das wäre natürlich hervorragend, dass du sagst, okay, für die 500 Euro, wie viele Leads will ich denn da drüber einsammeln? Nehmen wir mal an, ein Lead kostet 10 Euro, ich habe keine Ahnung, was du machst, aber ein Lead kostet 10 Euro, ja, dann sind wir bei, was, 50? 50 Leads? So, das heißt so, mein Ziel wäre, ich versuche mit den 500 Euro, ja, zu einem Leadpreis von 10 Euro, versuche ich 50 Leads einzusammeln. Das würde ich als Wochenziel aufschreiben, würde da mein Owner dran schreiben, der bei uns hier verantwortlich ist für Inbound-Marketing, Google AdWords und Co. So, welche Experimente und wie viele, der jetzt dafür fährt, um dieses verdammte Ziel zu erreichen, ob der seine 500 Euro nimmt, und am ersten Tag auf ein Keyword rausbläst oder ob er sagt, nee, ich fange mal mit den, ich habe ein Budget von 500, ich fange mal mit den ersten 100 Euro an und lege die mal ganz soft auf 2, 3 Keywords und gucke mal, ob ich überhaupt in der Lage bin, da Klicks zu generieren, wenn ich sehe, dass ich Klicks bekomme, aber meine Landingpage konvertiert nicht, habe ich 7 Tage Zeit, mich da wirklich reinzubuddeln, sodass ich hoffentlich mit den 500 Euro am Ende der Woche vielleicht gar nicht die 50 erreicht habe, aber vielleicht habe ich auf einmal 30 und sehe aber, dass die wiederum nicht nur Leads sind, sondern dass das sehr, sehr gute Leads sind und habe auf einmal da Learnings erzielt. Also das Beispiel Inbound Marketing ist aus meiner Sicht ein hervorragendes Beispiel, wie man eben große Sales-Ziele, gerade im B2B-Bereich, wo es um Leads, Marketing-Kolle mit Leads und so geht, wirklich runterbrechen kann auf Team- oder auf Personenebene, wo man sagen kann, okay, komm, ab in den Experimentier-Modus, ich gebe dir das Budget, was du brauchst, ich gebe dir die Tools, was du brauchst und du machst jetzt so viele Experimente, bis das verdammte Ziel erreicht ist. Das ist so komplett Growth-Hacking-Experimentier-Modus, da wo er hin muss. Okay, was haben wir denn? Was haben wir hier? 18 Uhr, ich bin jetzt verrückt. Und ja, ich würde sagen, Isabella sprechen wir gleich noch, ich würde hier einen Atem dran machen. Vielleicht kurze Feedback-Runde von euch. Hat euch das gefallen so? Gibt es irgendwas, was wir besser, ernsthaft immer, wir sind immer sehr Feedback-orientiert, gibt es irgendwas, was hat euch gefallen? Was gibt es vielleicht, was wir besser machen müssen? Was habt ihr für Themen, wo ihr so einen Workshop auch gerne mal machen würdet bei uns? Inbound-Marketing habe ich schon aufgeschrieben. Also, vielleicht ganz kurz Feedback. Also, ich hätte von OKR logischerweise auch schon was gehört, habe mir jetzt einen guten Einblick gegeben und ja, für uns ist es dann relevant, weil es ja bei unseren Kunden auch ein Thema ist, wir sind ja bei Brand Trust. von daher, ja, erstmal guten Einblick gegeben und danke dir auf jeden Fall. Ja, cool. Mir hat es auch geholfen, Henrik, ich hänge noch im Kopf tatsächlich, wie man die Methodik in einem größeren Radius implementieren kann, internationale und das ist inbound, wäre auch nochmal ein Thema, du weißt es mit diesem Aufbau unserer Kommunikationssache, also das sind so die Zeitthemen, die mich da umgeben. Vorschläge für die Nächsten kann ich gar nicht konkret sagen, aber ich freue mich, wenn ich sehe, dass ich reinspringen kann. Weekly, wie ich verstanden habe. Ja, super. Okay. Gut. Wie geht es weiter? Ich glaube, die meisten von euch kennen uns ja tatsächlich und wissen auch, was wir so machen. Also, wir machen entweder Workshops zu, nicht OKR, aber zu den Themen, dass wir halt Teams nehmen, mit denen die Strategie checken und quasi die wirklich in die Umsetzung bringen. und ob das jetzt die Inbound, ob es Inbound-Marketing ist, ja, das wir mit denen aufbauen, weil die sagen, wir müssen da irgendwie ran und wir trauen uns aber nicht oder wir sind da schon mal auf die Schnauze gefallen. Ob das Content ist, ob das die Sales-Strategie ist, ob das eure Produktstrategie ist, wo ihr sagt, okay, ganz viele mussten die oder sollten die ja auch die letzten Monate geändert haben, weil sie nicht mehr so funktioniert wie vorher. Ja, also das sind so die klassischen Themen, die bei uns so ausschlagen, ob das Startups sind, ob das Agenturen sind, ob das Scale-Ups sind, die schon aus der Startup-Phase rausgesen oder eben große Corporates. Wir schnappen uns liebend gerne immer Teams und gehen mit denen, ja, in diesen Umsetzungsmodus rein, bringen die auch gerne in die Umsetzung. Das heißt, wir machen keine reine Theorie-Workshops. Ich habe versucht, das in dem Workshop hier auch so zu machen, dass wir wirklich ganz konkret versuchen, euch Beispiele zu geben und dann versuchen auch, euch beim Transfer in eure Welt zu helfen. Das heißt, das sind entweder Workshop-Formate oder das ist das, wo hier Kollege Björn bei uns zu Hause ist. Das heißt, wir machen da drei Monats, ein Drei-Monats-Programm, wo wir euch als Team an die Hand nehmen und wirklich die Strategie definieren für die drei Monate und dann Step by Step by Step mit euch in die Umsetzung gehen, genau diese wöchentlichen Experimente definieren, sodass am Ende, ja, möglichst das Ziel rauskommt, was wir uns in den drei Monaten erschaffen haben und wenn das für euch in irgendeiner Form interessant ist, dann meldet euch bitte bei uns. Wir haben unsere Webseite, wir haben unsere Kontaktdaten, am besten ruft ihr bei uns an oder schreibt eine Mail entweder an h at henriklenarts.com oder an Kollegen Bastian at henriklenarts.com und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Empfehlt uns gerne weiter, wenn euch das gefallen hat und und er würde sagen, jetzt ist 18 Uhr, wir haben einen schönen Abend und wir sehen uns, wir haben das Thema für nächstes Mal noch nicht ganz klar. Ich glaube, es geht um Product-Led Growth, das haben wir so im Kopf, das heißt, es geht nicht immer nur um Marketing, sondern was kann man in ein Produkt einbauen, um von da entsprechend auch Referrals zu kreieren, weitere Empfehlungsraten zu kreieren. Sehr Spezi-Thema, aber ein sehr geiles Thema. Ich kann mir vorstellen, dass wir dazu als nächstes einen Workshop anbieten. Und Isabella, vielleicht bleibst du nach kurzem Moment drin und allen anderen wünsche ich einen wunderschönen Abend, ein schönes Wochenende, dann, wenn Freitag ist und ich freue mich schon auf das Kretsch, was ich gleich trinke. Ich glaube, daran liegt das und ihr merkt, es ist bei uns immer Spaß wichtig, weil sonst ist das alles viel zu langweilig und danke an euch und wir sehen uns wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.